Letzte Worte Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einmal mich gefüttert hat. Manchmal versuche ich es, denke mich in einen Hochstuhl, ein Spucktuch um den Hals, kurze speckige Beine, die in rosa Söckchen münden und in Erwartung des Essens kurz strampeln, wie zum Signal. Er mit einem gelben Plastiklöffel Rittlings auf dem Küchenstuhl wartet, bis ich geschluckt habe und meinen Mund wieder öffne. Aber wir beide bleiben gesichtslos in diesem Szenario, was ich nur von Fotos kenne. Er jung, ich ein Baby, will sich einfach nicht bewegen. Heute scheint er keinen Hunger zu haben. Die Erbsensuppe kommt wieder raus, Löffel um Löffel. Die Zunge schiebt das breige Grün nach vorn, zur Öffnung, mit langsamen Bewegungen, zielstrebig. Der Blick verrät nicht, ob er das macht, um mich zu ärgern. Es ist ja längst kein Blick mehr, sind nur noch Augen. Seltsam entfärbt, als würden alle Farbpigmente sich davon machen, aus den Haaren, der Haut. Nur die Zunge, diese zielstrebig arbeitende, dabei ganz lasche Zunge, die sich im Mund versteckt, lässt eigentlich keinen Zweifel, dass er es absichtlich tut. Bei jedem Löffel öffnet sich mein eigener Mund, leicht nur, automatisch, ein Reflex. Wenn ich mich dabei ertappe, presse ich die Lippen aufeinander. Das Gröbste kratze ich ihm mit dem Löffel vom Kinn, von unten nach oben. Die Bartstoppeln machen ein schabendes Geräusch am Löffelrand. Noch etwas warme Suppe dazu, ein neuer Durchgang. Hin und wieder wische ich mit der Stoffserviette. Erbsensuppe hinterlässt grüne Flecke auf der Haut, wenn man sie zu lange drauflässt. Seit Jahren kommt nur noch der eine Satz, alle anderen Sätze sind gelöscht. Natürlich meint er nicht, was er da sagt, jetzt nicht mehr. Auch die Stimme ist kaum zu erkennen, das Zischen einem Lallen gewichen. Die zusammengebissenen Zähne schwimmen im Wasserglas auf seinem Nachttisch. Kein Grund, Herzklopfen zu bekommen, kein Grund zu schwitzen. Er ist recht kein Grund, alles hinzuschmeißen und einfach abzuhauen. Er ist nur noch eine verrottende Hülle, die einen sinnentleerten Satz beherbergt und sonst nichts. Ich muss nicht rechtfertigen, dass ich mich kümmere. Ich hole eine zweite Stoffserviette. Die erste ist voll von halbgetrockneter Erbsensuppe. Bewegliches Grün mit Rissen durchzogen. Wir machen weiter. Grün rein, grün raus, Augen geradeaus, Löffel gegen Zunge. Seit Wochen, vielleicht sind es auch schon Monate, ist ans Füttern dieser andere Satz geknüpft, den es nur in meinem Kopf gibt. Wie ein Ohrwurm setzt er ein, sobald ich Löffel oder Gabel in Richtung Öffnung führe. Da ist doch nichts dabei. Als Kind habe ich mir alle Mühe gegeben, ihm zu glauben und habe es nicht geschafft. Jetzt ist er wieder da. Ich kann ihn nicht verscheuchen. Also lasse ich ihn einfach laufen, als Hintergrundmusik. Löffel rein, Löffel raus, neue Suppe. Da ist doch nichts dabei. Die ersten Winde kommen noch während des Essens. Ein bisschen muss er doch geschluckt haben. Ich öffne ein Fenster. Beim Kochen hatte ich noch überlegt, ob ich mir das antun will. Aber Erbsen sind ja gesund und Zwiebeln. Und außerdem mochte er Erbsensuppe immer gern. Die Mutt hat gute Erbsensuppe gekocht. So gut wie ihre ist meine nicht. Vielleicht spuckt er sie deswegen wieder aus. Seine Lippen spannen sich unter den Blähungen. Nur eine Nuance. Ich halte den Atem an. Immer wieder erschrecke ich, wenn dieses Gesicht ohne Mimik plötzlich anfängt zu sprechen. Seinen Satz. Aber diesmal muss ich nicht erschrecken. Er bläht bloß. Jetzt haben wir die ganze Schale Erbsensuppe durch seinen verdorrten, nach innen gestülpten Mund geschleust. Ich rein, er raus. Zwei Stoffservietten voll. Ich hole aus der Küche eine neue Portion. Nach dem nächsten Löffel geht es doch los. Wenn du der Mutt was sagst, schlag ich dich tot. Ein dicker Klecks grün aufs Kinn bei Tod. Ich wische. Doch Herzklopfen. Doch Schwitzen. Ich frage mich, ob sich sein Puls auch so beschleunigt bei dem Satz. Ein Griff an seine Brust und ich wüsste es. Wüsste, ob er auch Angst hat. Immer noch Angst. Nach der ganzen Zeit. Er sagt ihn gleich nochmal. Einen Löffel Suppe jetzt, bevor das immer so weitergeht. Die Zunge schiebt, will Platz zum Sprechen. Ich bin schneller mit dem Löffel. Grün und Grün begegnen sich auf dem Weg. Rein und raus. Ich kratze, schiebe, wische. Mehr Suppe. Erbsen mochtest du doch immer. Er verschluckt sich. Hustet. Röchelt. Jetzt ist es wieder still. Durch das Sprechen und das Husten ist mein Ohrwurm zerplatzt. Die beiden letzten Sätze, die es in diesem Zimmer noch gibt, kommen nie gleichzeitig. Ich weiß es auch ohne meine Hand auf seine Brust zu legen. Er hatte immer Angst. Wie groß sie gewesen sein muss, weiß ich allerdings erst, seit sie das Einzige ist, was von ihm auch übrig ist. Und die Mutt lange tot. Vielleicht habe ich rote Flecke im Gesicht. Vielleicht ein blasses Dreieck um Mund und Nase. Vielleicht sieht man an einer Ader am Hals, wie stark mein Herz schlägt. Vielleicht verändert der Satz meinen Blick, meine Haltung. Er ist eingeschlafen. Das Kinn wird noch mindestens bis morgen diesen grünen Schatten haben. Ich trage die leere Suppenschale in die Küche und die Servierten. Der feuchte Stoff ist brei schwer. Im Waschbecken werden Bröckchen schwimmen, grün, langsam die Farbe verlieren. Der Griff zum Stöpsel, wo sie sich fangen werden, so eingetrocknet, wie sie schon sind, wird eklig werden. Der Griff zum Stöpsel, wo sie sich fangen werden. Der Griff zum Stöpsel Untertitelung des ZDF, 2020